Geschmack, Qualität und sicherer Fortschritt. Mehr als 5000 Würzmischungen, Marinaden, Zusatzstoffe, Erfahrung und Innovationskraft. AWO – Marktführer und einer der führenden Gewürzspezialisten in Europa. Leistungsfähigster Partner der Lebensmittelindustrie, des Handwerks und des Handels. Vor über 150 Jahren gegründet, entwickelte sich der handwerkliche Familienbetrieb zum modernen Unternehmen, das heute mit über 500 Mitarbeitern den Markt gestaltet. Damals wie heute sind es die Rezepte und das Wissen, um hervorragenden Geschmack bei der Produktion von Lebensmitteln zu verwirklichen. Um auch sehr große Mengen zu jeder Zeit in verlässlicher Qualität bereitzustellen. Daher spielt Rohstoffkompetenz eine entscheidende Rolle. AWO hat direkten Zugang zu wichtigen Erzeugern auf globalen Gewürzmärkten und diese besondere Stellung am Beschaffungsmarkt weiter ausgebaut. Produktsicherheit fängt bei Rohstoffen an, bei Auswahl und Prüfung. Alle Rohstoffe durchlaufen intensive Kontrollen, die oft anspruchsvoller sind als die Vorgaben aktueller Qualitätsmanagementsysteme. Doch wie muss ein Unternehmen aufgestellt sein, das einige tausend Anwendungsrezepturen zur Wurstproduktion und Fleischveredelung bereitstellt? Das Würzmischungen für Convenience-Produkte, Teigwaren, Molkereierzeugnisse und Chilled-Food entwickelt. Und über viele Jahre jede gewünschte Menge in standardisierter Qualität produzieren kann. Im Grunde ist AWO eine klassische Gewürzmühle, die bewährte Tradition und modernste Kaltmahlverfahren zur Aromasicherung miteinander verbindet. 60 Silos, gut 4000 Tonnen Bevorratung. Mehr als 1500 Rohstoffe sind stets verfügbar. Empfindliche Gewürze und Kräuter. Sie sind in vielen Produkten der Beweis für sorgfältige Verarbeitung. Genau wie das immer umfangreichere Biosortiment. Oder die patentierten AWO-Ideen wie die frische Perle, deren ummantelte Zitronensäure mehr Frische und Haltbarkeit bei der Lebensmittelproduktion garantieren. Flüssige Wirtsmischungen und Marinaden machen heute über 40% der Produktion aus. In der vollklimatisierten Produktion sind Temperatur und Luftfeuchte optimal für die Produktion von Lebensmitteln eingestellt. Die Rezepturen sind fest programmiert und erlauben keinen Eingriff. Qualitätssicherung auf High-End-Niveau. Zertifizierte industrielle Produktion sichert die schnelle Umsetzung von Kundenanforderungen in standardisierter Produktqualität. AWO wächst weiter und investiert in hochentwickelte Misch- und Dosiersysteme, die unter optimalen Bedingungen arbeiten. Täglich laufen bei AWO mehr als 100 Tonnen Qualitätsprodukte über die Bänder. Aromasicher verpackt. Für Kunden in aller Welt. Intelligente Steuerungssysteme sorgen für perfekt abgestimmte Abläufe und optimieren den Warenfluss mit 35.000 Lagerplätzen im Hochregal und 5000 Palettenplätzen. Alles für das eine Ziel. Die immer flexiblere und leistungsstärkere Erfüllung von Kundenaufträgen bis hin zu individuellen Gebindegrößen. Immer darauf ausgerichtet, höchste Produktsicherheit und Wirtschaftlichkeit beim Kunden zu gewährleisten. AWO-Experten arbeiten im ständigen Dialog für zukunftsorientierte Lösungen. Und AWO produziert nachhaltig. Zum Beispiel mit einer eigenen Solarstromanlage, die 180.000 Kilowattstunden im Jahr produziert. In der Lebensmittelindustrie ist die parallele Entwicklung von Rezepten und modernen Fertigungsprozessen wesentlicher Erfolgsfaktor. 15 AWO-Fachberater arbeiten mit den Entwicklungsteams erfolgreicher Kunden über viele Jahre zusammen. Ob zur Verfeinerung bestehender Produkte oder bei der Entwicklung neuer Ideen für den Lebensmittelmarkt. So kreieren Marktmacher neue Trends, positionieren moderne Wurstsortimente, attraktive Fleischspezialitäten und immer interessantere, marktgerechte Convenience-Produkte. Neben Fragen des Geschmacks, der Produktionsverfahren und moderner Technologie garantiert AWO gleichbleibende Qualität und Liefersicherheit. Denn die richtigen Rezepturen tragen dazu bei, dass AWO-Kunden den nationalen und internationalen Markt gestalten und in vielen Fällen führende Positionen mit ihren Sortimenten erobert haben. Handwerk- und Lebensmitteleinzelhandel profitieren von der Marktführerkompetenz. 65 Vertriebsberater sind vor Ort, um den Kunden neue Impulse zu geben. Die richtigen Rezepte und Produkte zur richtigen Zeit machen sich bezahlt. Differenzierung vom Wettbewerb, auch das kann man lernen. Angefangen beim Sortiment. Dort bietet kein anderer Gewürzspezialist mehr Erfahrung. Geschäftlicher Erfolg. Darauf sind Seminare und Schulungen ausgerichtet. Bis zur Analyse der Abläufe und der betriebswirtschaftlichen Daten. Also rationeller produzieren mit immer besserer Rendite. AWO begreift sich als Team, das in Deutschland entwickelt und produziert. Hier ist AWO-Qualität gesichert. Die große Erfahrung beim weltweiten Einkauf der besten Rohstoffe. Die Kreativität und Marktkenntnis bei der Rezeptentwicklung. Und das Fertigungs-Know-how, um die Prozesse stetig zu verbessern. In der Lebensmittelindustrie, dem Handwerk und dem Lebensmitteleinzelhandel. Mit Forschungsprojekten und jungen Spitzenkräften gestaltet AWO die Märkte von morgen. Mit Verlässlichkeit, dem Willen zum Fortschritt und dem besseren Produkt zur richtigen Zeit. AWO. Ihr Partner für guten Geschmack und sichere Technologie. AWO. Ihr Partner für guten Geschmack und sichere Technologie.